Du hörst Hoffnungsbildschiff mit Walter Niefeld. Das Erlebnis von einem Mann der Korneusheit. Er kennt nicht so richtig Gott, ein wenig in Jüden, aber er hat von Gott gehört und er hat, dass wir uns viel beten und er hat viel Spende gegeben. So, das wird, was er verstehen hat, dass er betet und er hat Almosen gegeben. Wo er immer, er kann helfen, er kann mit seinem Geld, er kann helfen. Er ist wie ein Mensch, der sucht Gott. Er will Gott nur das Ganze lehren. Er will das Erleben, das Gott wirkt. Und Gott hat sich am Uppenbohren. Gott schreibt den Engel an. Und Gott schreibt dem Engel, in der Engelseite haben, weißt du, was deine Gebäder und was du getrunken hast, deine Spende, die sind vom Traum Gottes gekommen. Und nun sollst du wem schäten, der soll Petrus holen. Und dann wird er die Sähe, wo du kannst, Gott finden. Ist doch nicht wunderbar. Ein Mensch, der vielleicht scheinbar und seine Siedehaft, der ihm dort gut erklären kann, ob er den segne Gott. Und Gott schreibt den wahren Engel, der am Halb, und wißt, wo er kann, wem finden, der ihm dort erklären kann, wo er mit Gott Gemeinschaft hat. Herr Jesus, ich danke dir, dass, wenn du nur die seht, dass du die Finger hast, dass du die Uppenbohren hast, dass du Engel hast, dass du schätzt hast. Ich danke dir, dass jeder Mensch, der nur die sieht, dass du die Lehenheit hast, dass er die Finger kann. Wir preisen dich in deinem Namen, Jesus. Amen. Das war eine Produktion von Jesus Responde im Mundo de hoy. Töp, wie der Name Jesu gerade schreibe, über Paraguay und der Welt. Kontakti uns in ja info arroba jesusresponde.com an. Bis heute. Bis heute.